Der Herzog von Sussex ist in anhaltende Streitigkeiten um sein US-Visum verwickelt, nachdem er an seinen Memwarensparer aus dem Jahr 2023 zugab, früher Drogen genommen zu haben. Prinz Harry könnte den Zorn Donald Trumps zu spüren bekommen, wenn sich herausstellt, dass er auf seinem US-Visum über seinen früheren Drogenkonsum gelogen hat. Der 40-jährige Herzog von Sussex lebt seit seinem Abschied aus dem Leben als hochrangiges Mitglied der königlichen Familie im Jahr 2020 mit seiner Frau Meghan Markle und ihren beiden Kindern in Montecito, Kalifornien. Während seine 43-jährige Frau US-Bürgerin ist und für die Rückkehr in ihr Heimatland kein Visum benötigt hätte, musste der Herzog ein Visum beantragen, um die Erlaubnis zum Aufenthalt im Land zu erhalten. Seit der Veröffentlichung von Spare im Jahr 2023, in dem er seinen Drogenkonsum offenlegte, wurden jedoch Fragen aufgeworfen, ob der Prinz in seinem Visumsantrag diesbezüglich ehrlich war. Und die in Washington ansässige Denkfabrik der Heritage Foundation forderte die Gerichte auf, die Einzelheiten seines Antrags öffentlich zu machen. Nalgardner von der Heritage Foundation sagte auf NewsNation, wir werden die Trump-Regierung auffordern, Harris' Bewerbungsunterlagen freizugeben, die beiden Regierungen hat sich geweigert, dies zu tun. Er sollte zur Rechenschaft gezogen werden. Ich hoffe wirklich, dass die neue Trump-Präsidentschaft Harris' Bewerbungsunterlagen freigibt, damit das amerikanische Volk selbst sehen kann, was genau in diesen Unterlagen steht. Obwohl dies noch nicht geschehen ist, wachsen die Bedenken hinsichtlich des Prinzen, da der designierte Präsident Donald Trump klarstellte, dass er angemessene Maßnahmen gegen ihn ergreifen würde, wenn der Prinz gelogen hätte, um eine Aufenthaltsgenehmigung im Land zu erhalten. Dies wurde von Nalgardner, Direktor des Margaret Thatcher Center der Heritage Foundation, diskutiert, der sich für die Veröffentlichung der Unterlagen einsetzt. Trump gilt als kein Fan von Prinz Harry und Meghan Markle, was zu wachsenden Bedenken darüber führt, was dies für die Zukunft bedeuten könnte.